Ähm, Leute, äh, das hier ist mein erstes Video auf YouTube und wir spielen einfach mal Wehrwolf. Ja. Wow. Wir werden jetzt einfach mal den Wehrwolf zuschauen. Ja, das ist die letzte. Irgendwie ist es immer Ibis. Der Wehrwolf, es ist immer Ibis. Und immer, gefühlt, also immer wenn ich Wehrwolf bin, ich war immer Ibis, also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Äh, auch noch träge ich keinen Jungen, weil ich habe keinen Wehrwolf jetzt. Ich bin nämlich kein Jungen. Okay, gut. Ich will meine Münzen nicht verschwinden. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht geizt an, weil ich habe einfach 40 Münzen, aber ich will den Wort ich für eine Karte und dann spammen die anderen für die andere Karte. Und dann will ich halt, dass meine andere Karte gewinnt und dann lasse ich mich nicht mehr so verpreisen. Weißen, spammen die dann, wenn ich zum Beispiel auf Tolles Landgut klicke, spammen die dann bei Winterdorf. Ich bin auch deswegen. Der Winterdorf ist schon geiler. Aber egal. Ich kann auch gerne mal ein ASMR-Video machen. Aber ja, das ist mein erstes Video. Ich bin die Coco. Ja, ich habe mich Cookie genannt, weil ich... Nein, ich will welten. Wieso? Ich hasse den, ne? Aber der passt irgendwie zu mir. Der ist auch klein. Nein, 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 nein. Das wollt ihr. Der Werwolf, das ist nicht für ein Werder-Mister-Video. Es gibt zwar einen, der die Waffe hat, aber... Ja. Nein! 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 Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt. Ich bin übervorsichtig, deswegen habe ich die Musik einfach mal ausgemacht. Aber wer ist der Werwolf? Hä, der hat den getötet. Hä? Was? Nein! Ich glaube, Oliver hat schlechtes Internet, deswegen... Und dieses Video endet, wenn ich, ähm, ja, der Werwolf bin. Nein, Spaß, Leute, ich mache nicht solche... Diese Holly... Die steht da irgendwie so, als hätte... Okay, die war es sogar. Die hat den erschossen. Ja. Okay, dieses Video endet, wenn ich das Video beende, Leute, ne? Der Lehrer beendet den Unterricht hier, ja? Okay. Nigel. Nein! Nigel hört sich irgendwie an wie das N-Wort. Leute, das hört sich an wie das N-Wort. Ah! Wenn man ein kleines, dann ist es gut, weil man kann dann hin und hin. Digga. Elgen ist es nicht. Ich... Ich dachte gerade... Hallo, Melvin. Bist du denn? Uuuuh! Kastelwerfurt! Ah! Diese Schreie... Nein! Valerie! Valerie? Nein! Tu es nicht! Was, Valerie? Wenn es jetzt Valerie war, dann... Ich wusste... Ich wusste... Verdammt. Doch, es war... Es war so dumm, ey. Ja, es war sie. Ich wusste... By the way, ich schmink mich hier gerade. Ja. Ich glaube, jetzt noch eine Runde, weil mehr habe ich auch noch zu sagen. Hm, obwohl... Doch, ich habe noch eine Sache zu sagen. Und zwar... Ähm... Ja, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich... Hä? Wieso bist du jetzt auf YouTube so... Jeder YouTuber braucht irgendeinen Anfang, was er halt machen möchte. Und ich möchte halt hauptsächlich Gaming machen. Also ihr könnt euch schon mal auf Minecraft und noch mehr Roblox freuen. Vielleicht auch Tokabuka oder Gacha Live. Kann man mal machen. Erst und er wird wahrscheinlich nicht kommen. Manchmal in Shorts vielleicht so. Ich kann nicht alles versprechen, aber ich kann schon mal versprechen, dass das nicht... Ähm... Mein letztes Video sein wird. So, viele werden mich... Hicken, viele werden mich hoffentlich mögen. Und ja... Wer bin ich? Ja, ich bin mein Lieblingscharakter. Ich liebe dieses Mädchen, ne? Die ist so schön. Aber wieso hat die eine Runde? Das ist glücklich. Ich bin so dumm, ey. Schnell, 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 nach oben, nach oben, nach oben. Ich hab mich von allem entfernt. Wie kommt man nach oben? Kommt man nach oben? Nein, 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 nein. Ich glaube, der Börf ist da. Okay, der Börf war noch nicht auf dem Dach. Glaube ich. Sonst hat er die Tür safe irgendwie gesprengt oder so. gesprengt. Ich bin so dumm, ey. Okay, 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 okay. Hat der Börf schon überhaupt einen getötet? Nein. Der ist einfach noch gar nicht getötet. Ich glaube, der ist dumm. Ja, der Börf ist dumm. Hat der Börf schon getötet? Und die Börf? Hallo? Bist du Wärwolls? Mokst du den auch? Nein, nein, nein. Ah, der Börf ist da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nee, 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 so geht das hier nicht. Wo soll ich hin? Ja, nein, 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 nein. Hier. Äh, ist da. Merkt euch das, Leute. Hängt euch ins Fenster. Wer ist das? Wer war das? Was, hä? Elben? Dunkel? Wer ist das? Jörg. Der hat einfach niemanden umgebracht. Ist der noch ganz verdroß? Und ja, leider ist die Runde jetzt vorbei und obwohl wir können noch eine einzige Runde, okay? Noch eine. Danach ist aber Schluss. Ich glaube, dieses Video geht einfach viel zu lang für das erste Video, obwohl es leutet, die als erstes Video im Livestream machen. Hoffentlich nicht. Nein, ich bin Malvern. Ich hasse diesen Typen, die ich mich verstecken. Irgendwie reinglitschen oder so. Oh Gott, oh Gott. Nein, da gehe ich nicht mehr. Das ist das. Oh Gott, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ist das schon immer tot? Oh nein, ist das eine Lampe? Wahrscheinlich ist es eine tote Lampe. So, da kommt der Safe hin. Und das Video. Ja, ich bin im Fenster. Ich will dieses Fenster rein, okay? So die ganze Zeit bleiben. Obwohl, kann er mich dann von ihm töten? Nee, der kommt hier nicht hin. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Warten, 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 warten. Warten, wir wissen nicht. Der Werf ist umbringt. Wie noch hat man das? Ich weiß nicht. Boah, ich liebe diesen Lippenstift. Den habe ich letztens bekommen. Der ist egal. Ich liebe es, mich zu schminken. Aber Schminkvideos werden wahrscheinlich nicht kommen, da ich mein Gesicht nicht so gerne in der Öffentlichkeit zeige. Digga, ich möchte mein Gesicht halt einfach nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Vor allem auch, weil ich Sprachfehler habe. Ich kann nicht reden, okay? Vor allem auch, weil ich Sprachfehler habe. Aber das ändert eigentlich nichts. Egal. Hä? Bringt der überhaupt jemanden um? Okay, Leute, wir machen jetzt auf mutig und gucken, ob irgendeiner gestorben ist. Detektiv Melvin ist am Start hier, ne? Merkt euch das. Detektiv Melvin ist immer zur Stelle. Und, ähm... Oh Gott, der Wolf war schon... Oh mein Gott! 50.000 Leute tot. Der Wolf ist tot. Bin ich die Letzte? Nein, ich will nicht die Letzte sein, Leute. Ich will nicht die Letzte sein, Leute. Nein, ich will nicht die Letzte sein. Nein! Ich stehe mal aufs Dach. Hallo? Oh! Ich hab grad Herzklopfen. Der Wolf war hier. Das ist wie der Herz die dummste Idee, den Spohnen. Okay, Leute. Das war's. Bis zum nächsten Video. Ja, ciao. Ciao!